Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play together Minecraft mit dem LP mit dem Werten. Kommen wir jetzt in die Minecraft-Welt von ihm und das LP-T-Welt-Dings-Boost-Dings-Dings-Aufnahme-Programm, ey. Fille, erzähl doch mal. Du wolltest den Zuschauern doch eine Geschichte erzählen. Ja, es war einmal ein kleiner Junge. Er saß in der fünften Klasse im Unterricht, im Mathematikunterricht, bei einer netten Lehrerin. Und dieser kleine Junge, Frau Fenz, und dieser kleine Junge hatte den Drang zu pupsen. Und er versuchte es leise, doch es war nicht leise genug, denn die Mathelehrerin hörte es und sagte, das nächste Mal geschlafen wir aber vor die Tür. Und alle in der Klasse, die das hörten, lachten sich wahnsinnig schlapp. Diese Geschichte ist wirklich passiert. Ihr dürft jetzt raten wegen, ob Henry mir oder einem Gast, den ihr alle nicht kennt. Ob Jonas 1 oder 2. Oder 3 oder 4. Und ich bin irgendwie disconnected, sagt mir gerade der Server. Das ist ja hochinteressant. Also gehe ich nochmal runter und nochmal drauf. Stand gerade bei Minecraft. Okay, also ich gehe nochmal drauf. Ich habe unsere Betten abgebaut. Oh nein! Oh nein! Und die Pfirschen haben zugebaut. Jetzt haben wir Schimmel weiter in den Sofort. Und das war ja wirklich Teddy, ne? Und das war ja wirklich Teddy, ne? Das war nicht Toasty. Ich habe gerade gar nicht so richtig an Mr. Bean gedacht, als ich das gesagt habe. Aber es war ja wirklich Teddy. Guck mal Toasty! Oh, ich bin Mr. Bean! Soll ich noch eine Geschichte erzählen? Ja, das Aufnahmeprogramm. Es gibt so nette Programme, wo die kann man den Screen aufnehmen. Und diese Programme sind etwas illegal. Und wenn man die dann hat, dann funktionieren sie nicht immer einwandfrei. Davon habe ich jetzt auch meine Geschichte. Also, es war einmal vor ungefähr einer halben Stunde, da haben Lavendelpi und ich es schon mal versucht aufzunehmen. Wir haben angefangen. Und ich habe angefangen, einen Kistenraum zu bauen. Doch das doofe Aufnahmeprogramm nahm dieses falsch auf. Und somit muss diese Aufnahme wieder gelöscht werden. Und somit stehen wir jetzt hier. Hier. In dieser Kistenwelt. Wo ich gleich die Kisten hinsetzen werde. Wo bin ich jetzt? Achso, ich bin deinen langen Gang lang gegangen. Ah, so. Okay, also... Nein, langen Gang. Der ist sechs Blöcke lang. Ich wollte sagen, deinen Gang lang gegangen. Ja, 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 ja. Gang und lang und was weiß ich drin. Ja, lang, da kenne ich mich aus. Wie ich diese Witze liebe. Ich finde die total gut. Also, der Pocketplayer, der hat da irgendwas gegen. Ich weiß aber nicht was. Das brauche ich dir langsam nicht mehr ab mit deinem Entschuldigung. Ja, ich habe Allergies. Tut mir leid, ihr Witze. Was? Das habe ich jetzt aber nicht überhört. Oh, Manu! Ich hasse dieses neue Minecraft-Holz. Immer setzt du es falsch über die Wand. Manu! Dieser neumodete Krimskrams. Früher war alles besser. Manu! In der DDR! Das ist doch echt ein Scherz. In der DDR mit unseren tollen Krabis. Jetzt habe ich irgendwie 50 Hölzer gesetzt, obwohl ich die wieder umdrehen wollte. Wo sind die Betten hin und unsere Pisspfannen? Das habe ich doch gerade alles erklärt. Hörst du mir auch zu? Ja, ab und zu mal. Ja, ab und zu hörst du mir zu. Das hat sich, naja... Wir hatten nämlich so schöne Pipi-Fan und ich bin da drin eingesperrt gewesen. Ja, die sind jetzt weg. Die letzte Folge existiert doch gar nicht. Ja, die ist leider verschutt gegangen. Ja, dann sieht man die Bisspfannen ja gar nicht. Ist doch besser so. Phil hat ein paar Mal reingepinkelt. Ja. Und nicht nur bei Minecraft. Alter, ich bin so zugemüllt mit Scheiße! Das trägt mich so auf! Weiter mein Kistenraum, da kannst du das dann alles reintun. Boah, Alter, du machst die Lagerordnung. Ja, kann ich machen. Das lege ich jetzt schon fest. Ich werde alles immer nur reinschmeißen und du machst die Lagerordnung. Okay. Zip, zip. So, also hier kommt das Essen rein. Aber ein bisschen musst du dich dann auch dran halten, ja? Nö. Anus. Ich habe einfach fünf Kisten, wo ich immer alles reinschmeiße und du kannst es dann ordnen. Oh nein, jetzt habe ich gleich die Spitzhackenkiste erwischt. Warte, ich soll mich... Oh scheiße, jetzt bin ich schon wieder voll! Das ist doch ein Scherz! Du solltest nicht so viel trinken, dann bist du nicht so schnell voll. Oh Gott. Nein, nicht da alles reinschmeißen! Ich hasse dich! Oh, stirb! Hier, du tötest mich! Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich! Dann machen wir da halt die Spitzhackenkiste, wenn es dich froh macht. Das macht mich sehr froh. So, warte mal, ich mache... Entschuldigung, ich muss jetzt mal eine Tür bauen. So. Spitzhacken! Uhu! So, wir haben jetzt endlich eine Tür, ja? Und jetzt brauchen wir ein Glasfenster. Halt! 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 Was denn? Nicht abbauen? Halt! Ja, tut mir leid, tut mir leid! Nein, kannst du mir doch auch einfach so sagen. Du hast die ganze Zeit weitergeholt. Ich hab drei mal eingetreten. Uuuh! Ich geh doch einfach Falter ab. Halt! Oh, schuldigung, ich hatte gerade nichts anderes zu gangen. Ich glaube, das war das Schwerende. Ja. Ja. Und? Pfff! Boah, nein! Boah, nein! Nein! Boah! Was? Doofe Kiste. Es sind so viele Schwerter. Und ihr... Oh! Ich hasse dich. Was kann ich... Du hast einfach die ganzen... Du bist doch der Arsch, der da runtergegangen ist und die ganzen Sachen geklont hat. Ich hab's... Ich bin ja aus Versehen runtergeplumpst. Und du hast... Du hast hier... Du hast ja die ganzen... Oh, nein! Ich bin schon wieder voll... Ich hasse dich! Ich hab doch gar nichts gemacht. Wieso hast du da in Comedy-Stone gesetzt? Weil du mich von der Workbench weggeknallt hast. Alter, bist du ruhig verarscht. Bist du ruhig verarscht, Alter? So, nein, nein, nein. Ich hab nicht vor, da was reinzulegen. Ey! Nein. Ich sagte nein. Nein. Ja, gut, es reicht, Henry, es reicht. Du bist der PvP-Bar, wo ich gebe auf, du darfst die Kisten vollmüllen, wie du willst. Ey, hör ich auf. Doch nicht. Doch darfst du, doch darfst du, doch darfst du, doch darfst du, doch darfst du! Nein! Nein! Oh, jetzt bin ich hier am Hinterteil der Welt. Nein, Scherz, ich komm gleich wieder. Mann, es tut mir doch leid, Henry. Scheiße, ich bin voll, ich kann mir kein Essen holen. Ja, ich hab doch gesagt, lass mich in Ruhe, dann gebe ich dir was. Alter, und hier ist überall dein Müll, ich hasse dich. Hab ich zuerst gesagt. Ich schmeiß jetzt Oaks, der ist... Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Brülle nicht so rum. Ich bin jetzt hier in so einer komischen Falle. Die hast du mir mal gegraben. Ach so. Huch, ich bin jetzt durch den Schneeblock durchgesprungen. So, jetzt komm ich, jetzt komm ich hier, der Babbo. Hey, 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 hey. Der Zeug liegt ja überall rum. Alter, und ich bin schon wieder voll, ich hasse dich. Das ist doch nicht meine toll, wenn du mich töten musst. Oh, hier ist ein Hühnchen. Oh, das ist doch schön rot. Das ist doch saftig. Und ich bin voll und kann's nicht aufsammeln. Es ist nicht toll, wenn man so voll ist. Ach, Alter. Trink nie zu viel, liebe ich. Was denn? Nein! Nein, es ist ein Spaß. Ich komm jetzt her, baue mir zwei Kisten und da schmeiß ich allen Scheiß rein, den ich jetzt gesammelt hab. Töte mich jetzt mal... Oh, ich hab Kisten im Inventar. Oh, nice. So, das ist die Essenskiste. Das hier wird die Baumaterialkiste. So. Da kommt jetzt erstmal der ganze Scheiß rein, den man eh nicht braucht. Kannst du in die Lava stellen? Nee, das brauchen wir ja schon irgendwann, aber jetzt gerade nicht. Ich hab hier noch 16 Pfeile. Das ist die Baumaterialkiste. Und die Kackpratzkiste ist die da. Ja, das ist meine Lieblingskiste. Boah, und wie viele Spitzhacken ich hier im Inventar hab. Alter, fünf Stück. Das hier ist die Kackpratzkiste, ja, da tun wir... Oh, was ist denn? Oh, nein! Was? Nein, du hast meine ganze Ordnung wieder... Mann, du bist so fies. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Nein, ich hab schon wieder einen Scheißhaunkel. Alter, jetzt reicht's mir. So, ich werd das Lava aus jetzt explodieren lassen. Nein! Lass das. Habe ich nicht vor. Ich darf hier wieder alles einräumen, was du hier in die Gegend schmeißt. Meine Güte, Alter. Boah, was ist hier alles in meiner Scheiße ab? Das ist doch echt ein Witz. So, warte mal, lass die Erde mal kurz da drin. Ich will jetzt wenigstens ein bisschen Ordnung in mein Inventar bringen. So. Ja, dann musst du aber auch Ordnung in die Kisten bringen, bitte. Ja, mach ich. Ja, mach ich nächstes Mal. Ja, genau. Du mich auch. Ja, das sollte das ungefähr bedeuten. So, jetzt hab ich langsam mal ein geordnetes Inventar. Zack. Ach, das ist meine Steinschaufel. So, Ordnung im Inventar. Das hab ich so sehr hinten. Meine Güte. Alter, was ist das denn für ein Assi? Boah, was fehlt denn hier jetzt? Scheiße. So, fucken. Da kommt der Dreck. Spitzhacke, Schaufel, Scheiße, Schwert, Schaufel, Axt, Spitzhacke. Boah, fuck. So, ich bin geordnet. Viel Spaß dabei. Mhm. Das ist hier so Waffen. Da kommen die Betten hin. Kommt da noch was hin? Nee, kommt nichts hin. Ja. So, jetzt die ganze Erde hier mal auf. Nee, das kommt da doch, das kommt da mit rein. Jetzt muss ich nur noch einmal an die Essenskiste, dann bin ich, glaube ich, durch. Hä, aber was ist mit der Kiste, die hinter dir steht? Ja, die muss ich jetzt noch alle... Was ist so eine Drecksau? Ich hab die schon mal für die abgebaut. Guck mal, ich brauch nur einmal reinzurennen und schon hab ich alles im Inventar. Hm. Freut mich jetzt nicht so. Kisten-Sortier-Folge, würd' ich sagen. Ja, so kann man das Ganze nennen. Dafür wird die nächste... Boah, du bist so ein Anus! Und jetzt das Spiel macht keinen Sinn. Nein, ich bin voll! Nicht schon wieder! Boah, wie viel Erde hier rumliegt. Wer macht denn so was? Ja, komisch. Boah, jetzt lass mich doch mal an meinem Lagerhaus weiterbauen. Ich soll die Kisten sortieren, dann musst du mich aus die Kisten sortieren lassen und nicht einfach immer irgendwas dazwischen machen. Entschuldigung, bitte. Boah, ich wollte ein bisschen Spaß mit reinbringen. Boah, so, jetzt haben wir gelacht, jetzt können wir nochmal weitermachen. Ja, richtig. Alter, ich bin schon wieder voll! Das ist doch echt ein Scherz! So, ich spring jetzt in die Lava. Ich hab übrigens den einen Diamanten dabei. Dann spring ich doch nicht in die Lava. Boah, ich geh jetzt durch den Geheimtummel. Oh, bei mir haben sich die Schwerter gesteckt. Ich hab 14 Schwerter, die sich gesteckt haben. Wir haben hier noch 6 Eisenerz. Na, ich kann es mal putzen. Mach du doch. Mach doch. Und dann ist dein Leibknecht. Ich bin schon! Boah, die Baukiste ist auch schon fast voll. Na, doch nicht. Doch nicht, doch nicht. Ich bin so ein Esel. Ich geh durch die Tür wieder rein, wenn das, obwohl hier neben dem Haus noch ein Riesenloch ist. Hinter dem ist noch Erde. Ja, merk ich gerade. Sind jetzt sicher alle Kisten sortiert? Ich glaub da nicht dran. Da sind, da hinten ist noch eine Doppelkiste. Kannst du schon mal abbauen, wenn du willst. Ich glaub nicht dran, dass die Kisten sortiert sind. Mir fehlt eine Kiste. Kann es sein, dass du die aufgesammelt hast? Nee, ich hab keine Kiste, aber ich kann eine bauen. Vielleicht liegt die... Wobei ich... Vielleicht liegt die hier irgendwo in der Kiste? Hier, warte. Ich baue die mal daneben. So. Ja, nimmst erst mal die ganze Kohle raus. Nee. Dann... Oh, das Spiel hat sich gerade aufgelenkt. Warte mal, ich baue die Kisten mal wieder ab. Ja, das war klar. Ja, das war okay. Ja, starte das Spiel einfach neu. Nö, ich würde dann sagen, dann beenden wir diese Folge hier nach 14 Minuten, wenn das Spiel erstmal abkackt. Und dann würden wir sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut euch die nächste Folge auch an. Die kommt auch bald. Die nehmen wir jetzt auch gleich auf im Anschluss. Ja. Und dann würde ich sagen, tschölele. Tschölele. Und tschüss. Tschüss. Ich baue sie weiter. Tschölele. Tschöle.